Mario Rosniak, der Dachdecker-Gene im Blut hat und diesen Beruf auch erlernte, ist sich als Kameramann für keine noch so außergewöhnliche wie spektakuläre Drehposition zu schade. Ob am Boden, auf den Knien oder hoch oben im schwankenden Kamerakran, der Chemnitzer macht überall die passenden Bilder. Nach einer Umschulung bei Kanal 1 in Stolberg zum Mediengestalter Bild und Ton ist Stoppi, wie Mario Rosniak von uns gerufen wird, erst dort und seit einem Jahr bei ErzTV zu einer festen Größe geworden. Neben der Kamera beherrscht der 37-Jährige auch den Schnitt.